Ich bin Jan Herling, ich studiere in Hilmenau, beziehungsweise ich mache da meinen Untertitel. Und ich habe da was gemacht, dass man Diminished Reality nimmt. Man kann also Realobjekte aus einem Video herausnehmen in Echtzeit. Und ja, da arbeite ich gerade dran. Und das habe ich auch schon zweimal jetzt auf einer Campus Party zeigen können. Campus Party ist ganz schwer zu erklären. Das kann man überhaupt nicht in einem Satz erklären. Das ist so vielfältig. Und häufig werde ich gefragt, was ist Campus Party und man muss es eigentlich selber erleben. Wenn man es versucht zu erklären, dann ist es eine sehr große Party, wo man aber auch unglaublich viele Dinge lernen kann. Man kann sie selber ausprobieren, man sieht unglaublich viele neue Techniken, man trifft viele junge Leute, einfach auch Menschen, die man vorher noch nie gesehen hat, hier aus ganz Europa. Es wird ein riesengroßes Festival und da darf man auf jeden Fall nicht verpassen. Die Campus Party hat mir gezeigt, dass man mit unglaublich vielen Menschen eine unglaublich tolle Woche erleben kann, dass man unglaublich viele unterschiedliche Facetten an Menschen kennenlernt, viele Techniken, unglaublich neue Ideen, einfach mit anderen Menschen austauschen kann. Und das auf engstem Raum, in einer unglaublichen Kulisse, mit unglaublich interessanten Vorträgen und Menschen. Also einfach nur toll. Ihr lieben Deutschen, kommt bitte zur Campus Party, bitte, bitte bewerbt euch, schaut, dass ihr da vorbeischaut. Es ist ein riesen toller Event, es ist eine einzigartige Möglichkeit, hier bei dem größten Campus Party Event, was jemals stattgefunden hat, teilzunehmen. Es ist unglaublich, also schaut einfach vorbei.